Moin Leute, Cranky Gaming ist wieder am Start. Heute ist ein besonderer Tag, denn der Chris wird entjungfert. Sein erstes Gameplay sieht man hier. Er spielt im Team Deathmatch Modus mit der P90 Schalldämpfer und Schnellfeuer mit der Scorpion als Zweitwaffe mit den Killstreaks, Predator, Heli AH6 und mit den Perks Fingerfälsch-Kite, Hardliner und Reuger Hunt. Ja, wer ist also am Start? Der Domi. Hallo, schönen guten Tag. Der Chris. Jawohl, ich bin gerade voll über mein Headset-Kabel geheizt, ey. So sieht's aus. Und ich. Ja, machen wir mal ein schnelles Kommentar, wie haben wir uns gedacht? Aha. Ja, nämlich, äh, Bro, bevor der Molli jetzt schon wieder verschwätzt, ja, kommen wir doch direkt mal zur ersten Frage. Ähm, nein, denn wir hatten uns so ein Thema vorbereitet. Fail, du lachst mir. Hey, hallo, ihr habt doch alle gewusst, von wo das her ist. Ähm, haben wir uns so gedacht, ja, von wegen so Motivation zum Kommentieren und all dieses Zeug, Jeremy. Domi. Genau, also wie wir uns denn immer so, wie das halt so bei uns immer so aussieht vor den Commentaries, bis wir uns endlich mal zusammengerafft haben, bis wir mal so ein Commentary anfangen. Ja, wir benötigen mindestens zwei Stunden für ein Commentary. Ja, das ist unglaublich, ey. Also, das liegt jetzt nicht daran, dass, äh, wir die Aufnahme immer fehlen oder so. Nein, bei der Aufnahme ist es meistens direkt der erste Versuch. Nur, bis wir diese scheiß Aufnahme mal starten, bis wir mal alle drei, äh, am PC sind gleichzeitig und da auch alle drei, ich sag jetzt mal, nicht völlig... Brain Africa. Brain Africa, so wie der Molli eigentlich immer ist. 24-7, Jungs. Kann ich nur zustimmen. Ja, und das dauert dann halt immer, aber bis wir dann anfangen, da, da, da pushen wir uns gegenseitig vorher nochmal ein bisschen, da gucken wir uns meistens nochmal... Auf, Gids, Jungs! Ja, so. Gucken wir uns meistens nochmal ein paar lustige Videos an, so, hin und wieder. It's Friday, Bitches. Genau. Um auch richtig in Stimmung zu kommen. Weil, dann trinke ich mal einen Kakao vorher. Ja. Läuft gut. Schön den Kakao, ja. Molli, wie du sagst, da ist braune Koks, ja. Braune Koks durch die Nase gezogen. Ja. Ich weiß grad nicht. Äh. Ja, guck, ich bin so den ganzen Tag on, ja, und dann trudeln die alle so langsam ein. Den ganzen Tag, ja, komm, alter. Ja, was? Du chillst auf die Couch, pens erst mal fünf Stunden, ey. Ja, und dann, oh, sorry, wir wollten zwar einen Kongtary machen, bin eingepennt. Ja, komm, bis vier, Domi, da bist du eh noch nie on. Ja, aber nee. Ja. So, siehst du nämlich aus, ja. Nee, an dem Tag war es sogar on, weil wir gesagt haben, dass wir uns machen, und bist du eingepennt. Ja, stimmt. Fail. Ja, so läuft es dann, ja. Der eine schläft, der andere ist völlig neben der Spur. Molli. Ähm. Ähm, hallo. Der Domi überlegt sich Themen, aber irgendwie parken wir es dann doch nicht. Ja. Ja, ja. Es läuft immer alles krumm und schief, ey. Aber dann schaffen wir es dann trotzdem irgendwie, immer so irgendwas hochzuladen. Bis wir es dann irgendwann mal geschafft haben, ey. Boah, Jungs, ey, was hier immer los ist, wird hier immer schon schweißgebadet. Und wir haben noch nicht mal angefangen, ey. Was geil ist, dann auch so, wir reiben uns an. Ja, fangen wir jetzt an! Und haben, dann fangen wir immer euch an, ey. Ja, los, fangen wir jetzt an, los. Oh, gerade eben, vor der Aufnahme, wirklich fast, fast 45 Minuten lang, alle fünf Minuten, ja, fangen wir jetzt an, ja, oh, ich bin bereit. Und dann alle drei so, ja, okay, wir fangen an, so voll motiviert. Und dann so, kurz Stille, nix passiert. Fünf Minuten später, okay, fangen wir jetzt an. Ja, oh, fangen wir an! Und das ist jetzt, ging die ganze Zeit jetzt so eine halbe Stunde lang, hier, bis wir endlich mal angefangen haben, ey. Und dann, ja, ja, ey, dann müssen wir immer noch TS wechseln, weil immer noch vier Leute drin sind oder so. Ja, und? Und dann, ja, hier, wir gehen aufnehmen und so. Und dann kommt da, joint da wieder einer rein und dann wieder von vorne und so. Ja, und dann, wenn wir dann mal, äh, uns dazu überrabbelt haben, dass wir alle mal hier, äh, MW3 und so ausmachen und alles, dass wir uns wirklich nur drauf konzentrieren und dann auf einmal so, ja, gut, jetzt brauchen wir nur noch ein Thema. Jetzt müssen wir neu überlegen, bis wir fertig sind, bis wir ein Thema haben, haben wieder andere angefangen, MW3 zu zocken und dann wieder, ja, machen wir. Oh, wir machen uns. Ja, auf, nimm doch auf. Guck mal, hier, darf ich gerade ganz kurz was zum Gameplay sagen? Nämlich, das ist hier, guck mal, mein erstes, was hier auf YouTube landet und ich werde direkt mal als Hacker bezeichnet, das ist doch, das ist doch nice. Ey. Nein. Hallo, ihr Schwingt-Täten. Was bin ich jetzt für Arschen, Paul? Oh, nein. Paul, ich hab noch extra Taze gewechselt. Oh, go. Oh, fuck, man. Egal. Auf, jetzt bleibt drinne. Ist egal. Also, gehen wir nicht. Hallo? Wie, Paul, genau? Was, ihr habt bei mir so geleckt, ey? Das ist der Paul. Paul, hallo. Hallo. Sei nicht so schüchtern. Egal, wir machen jetzt weiter. Wie lang geht das Game noch? Doch, so, nur noch eine halbe Minute, ja. Ja, also, ich denke, zur Motivation war jetzt auch alles gesagt. Also, bei uns, wir sind ein bisschen chaotisch, da dauert es immer ein bisschen länger, aber in Laune sind wir meistens immer für euch. Oh, ja. Das verstehe ich. Wenn der Paul dabei ist, bin ich immer in Stimmung. Dann klappt es immer gerne ein bisschen. Die lache, die lache, die ist traurig. Ja, guck, hier. Das Ding ist jetzt schon auch zu Ende. Man sieht jetzt die Killcamp. Ja. Ja. Beziehungsweise, es ist jetzt zu Ende. Es endet mit einem super spitzen, grandiosen 3-30-7, Leute. Der Chris hat die Gegner sich richtig schmecken lassen. Und Chris, das war dein erstes Mal. Das war so romantisch. Also, wir sind raus, Leute. Macht gut. Hau rein. Ich bin cremig. Ich bin cremig.